2 habe ich schon kaputt Gesundheit Ich bin on the way, ah ich seh dein Haus Ich seh dich Was brauchst du? Bin ja schon unterwegs Hast du jetzt deine Lamas geklaut? Ich weiß nicht, die ist jetzt halt bei mir Interessant Tür zu ist klassisch schwarzeiche, Tür auf hat sie halt so ein anderes Muster Ich hab dir ein bisschen Sand in die linke Kiste gepackt Okay Home sweet home Oh Ich hab dir die linke Kiste gepackt Ich hab dir die linke Kiste gepackt Ich hab dir die linke Kiste gepackt Ich hab dir nichts geklaut Ich hatte eine Kartoffel, aber die hat mir ein Zombie getroppt Dann machen wir doch mal schnell die Brücke zumindest bodentechnisch fertig Ich weiß, ihr seht mich als ab und zu ziemlich schlecht, weil ich mich nach vorne beuge Ich hab dir die linke Kiste gepackt 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 In meinen Trouren zwei Stacks Ja Ja Ich hab dir die linke Kiste gepackt Nö. Muss ich mal bei Gelegenheit noch bauen. Nö. Muss ich mal bei Gelegenheit. Wo bist du in der Kiste? Da bei den Öfen. Wo sind die? Ja, hier in der Ecke. Wo bist du? Hier. In der rechten Kiste, glaube ich. Naja, auf die andere Seite vom Haus kommt ein XXL künstlicher Wasserfall irgendwann mal. Alles schon unter die Gläser hier, weißt du, was ich hier verlegt habe? Der dann in das Tal hier rein fließt und sich da hinten mit dem anderen Wasserfall trifft und rechts runter fließt. Ist alles schon geplant. Ich dachte, Spinnen machen Tals, aber nicht. Machen sie eigentlich auch nicht. Außer du greifst sie halt an. Machen sie einfach nicht, aber auch nicht. Oros geht es auch nicht mehr. Hälften machen Tals, oder bitte? Hier, ich mache das. Went da, ich mache diese Kiste. R-A-T-G, nicht mehr. Dus, wenn du die Kiste bei der 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 Kisteez vermuten. Die Schlechze bin, es ist an der Kiste über die Kiste ausgerufen. Und dann werden wir diese Kiste ein. Und dann formieren Sie einfach. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich weiß, ich rede gerade nicht so viel, wie ich eigentlich mit euch reden sollte, aber ich habe keine Ahnung wieso. Zum einen, weil mir gerade wirklich absolut nichts einfällt zum Quatschen, zum anderen, weil ich einfach echt schon müde bin. Wird sich auch irgendwann wiederholfen, dann texte ich euch mit irgendeinem Scheiß zu, den ihr im Endeffekt auch nicht hören wollt. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.